ich bin so reich wie ein scheicher da macht das doch nie nicht jetzt ach so dann ist du mag das ich mag es gerne ruhe verstehe ich nicht langweil was eine gute ausbeute ach was jetzt mit 100 hier auch nicht das 1 sich nicht schlecht 115 94 das heißt denn yv w abkürzung ich kenne ich das hätte ich gar nicht so nicht gesehen vielleicht sonst wird stehen weil ich ein stück bin habe ich keine ahnung davon ich weiß es ist echt nicht siehst du doch da muss erst verhandlung sei doch wir die challenge muss erst aktiviert werden dann könnte aber wieder ganz rein und in einem nm das gewaltig gebracht worden ist mit dem patch nightmare was wie bitte was wer weiß ich nicht die ganze abkürzung gehen kann ich nicht ich sehe gerade nichts bei dir weil wir uns in einem nm das gewaltig hast worden ist mit dem patch das ist ja noch einfach das habe ich hier auch ich habe ein paar was von glücklich der ruhig was müssen fertig ja wie schön nach vier sonnen dingen wie geht's dir der gewünschte mann ich brauche keine wölfe leben leben sind gut leben nehme ich gerne wenn du fällig bist mit einem sami herzlücken wir weitermachen mit kassnera ich komme ja nach ich habe ja 22 sachen die ich hier rumdütteln muss doch eine sekunde dauern nehmt ruhig was übrig ist dann wollen wir mal die ganzen kliniken ja oder furchtbar ist ganz fürchterlich auch träge nur das ist auch schon scheiße dass man austauschen machen wie sie kommt lalala es kann mir gar nicht sein geil also ich nur noch item sich austauschen will anstrengend ich bin noch nicht bereit ja jetzt suchen mal ich habe selber nicht jetzt geklickt weil ich aber beschäftigt bin ich dann ausrede bei dir weise die was die ausrede ist das ist auch bestellt das ist auch bestellt das ist auch der wahl runter so wird nichts das ist ok oh man das wollen wir nicht nicht abschätzt schon wieder weg ich glaube schon wieder weg weiß aber es einfach nur hallo ich bin da und ich löcke weiter gibt es ja erst mal alle punkte in die chance ja ja gut gemacht danach getan da gibt es bisschen action von samira da freuen wir uns alle wie blöd drauf also ich finde ja ja nein welche für vier ist volles horror dass doch so gar nicht das hier was ist das was ist das was ist das das wort auch machen nämlich ein rotes portal ein kommste klar soweit ich bin auch gleich unterwegs ich muss noch etwas ich gehe durch den wald und sammle dinge aber bleibt mir dann schon oder was dann machst du bestimmt nichts falsches ich könnte aber reinstecken ich habe wenn du danach gehst kurin dann kannst du die pute reinstecken die challenge davon abgesehen ist ziemlich gut dann auch wirklich sehr häufig ich bin so nicht bereit normalerweise ist ziemlich zweitermal die woche manche normalen arbeitstag arbeitsalltag habe also da ist das übertrieben ist im denken zu äußern so jetzt bin ich ja nicht fertig soweit ich mache mich auf den weg ich mache mich auf den weg ich möchte mich auf den weg mit du bist ja schon da denn ja schon da was hier los ich habe das hätte ich habe ein bisschen was er prügelt da wollte ich aber sowas von unterprügelt irgendwie sollte dann noch mal umgekehrt ins gegenteil leider da 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 ich bin noch nicht läuft doch ja 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 das ist halt schon geil dass er und so weiter hat der hang ist ich will so fix durchgezogen werden von ihm haben wir 1000 items und da muss er immer auf uns warten dass wir alles nicht schon für mich voll doof bei irgendwie die kiste macht das leben für gebraucht aber nicht ist aber auch nicht groß wie groß hilfe glaube ich nicht ich muss noch etwas auch nicht da wer verarscht ist gut so wird es da wir sind da und sagen ja so sehe ich das materialien ohne ende hier ist das nicht geschafft voll gut er wird mir besser nicht begegnen marke was mag also so der markt gelesen entschuldigung er hat was gemarkt wo wir hin müssen auf der kasse und dann was war also die gefangenen ach klapper willenschein vorrat kurin sei man nicht so knauserig ganz ehrlich so viel wie streamer ganz so nach glaubt da da bist du sehr über vorsichtig mit euch hätte ich das nicht geschafft so fertig jetzt zurück ich bin auch planungstyp kurina ortal ist halt nicht drin mit dem doofen also es war urlaub da ist sowieso schwierig urlauber ich habe urlaub generell keinen geregelten arbeitstag dass ich da weiß ja nicht wenn der wochentag gerade ist da bin ich kein bisschen planen kann ich das packen was wäre was auch sein dürfen noch ein was nein weiß ich nicht habe ich es gesagt ich weiß es nicht keine ahnung ja nein mein kreis wie ein planungs menschen normalerweise kann ich auch mal sehr viel keine ahnung aber wenn ich urlaub habe da habe ich ja urlaub und dann ist überhaupt pixelplan zumindest wenn ich gerade bereise ich kann mich an die wochentage merken und auch die uhrzeiten ich bin dann draußen arbeitsalltag ist aber totales locker leben in dem sinne jetzt gerade wenn die belegstatt der kollegen auch alle krank wird man damit ganz nicht unter so was und keine ahnung wie die arbeitszeit auch jeden tag anders sind kann ich auch nicht wirklich spontan sagen geplant sagen die woche so und so stream ist kacke das ist in drei wochen besser werden tatsächlich der ganz normale reguläre arbeitsalltag gern zurückkommt aber ich sage ich für jeden text jeden tag stream als ich bin ich jede woche jeden tag stiebe es ist auch viel zu viel ein ja auch nicht auf dauer und dann genau dazwischen ich habe irgendwie davon termin fertig im blick gehabt den ich dann vertauschen ach ich weiß nicht ich bin noch nicht bereit ich bin ja auch dabei nicht ein bisschen auszuprobieren welche tage am besten sind und nur 6000 aber ich würde glaube ich auch wenn wir drei tagen auch bleiben was mit mir ich war ich bin überhaupt nicht ich sterbe ich sterbe auch nie das ist mein hallo ist mein spruch ja 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 sagt eindeutiges jahr challenge wo was wo wir aber klar ach wie nie ja hau rein ist die stelle spalt voll ich will noch knapp 1000 punkte bei samiras challenge da haben wir schon dann muss ich wie die ok darf ich mir die vorerst in meiner seite spielen das heißt sie müsste ja die zeit die du streams leben ist also tatsächlich physisch leben wir sitzen und dann meinst du per chat ist eigentlich nicht nein ist auch nicht der challenge ein bisschen geschummelt finde ich und auch umständlich schwer zu realisieren letztendlich daher hier ist ein böses erwachtes herz achte mir macht das schon glaube ich ich muss noch etwas war nicht klar das war doch alles ich ja das war ich auch hätte ich auch danke corin kein sehr macht er doch gerade ach so sagst du ja das ist jetzt ding und belebt er wieder dann ist doch nicht ganz wieder beliebt worden das ist dann ja die chine wie sich dann erschreckt ich dich ich bin eigentlich doch was soll das was ich gerade selber das ist vielleicht man 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 ich habe mal eventuell ist nur halbvoll ist ja voll gut ich bin noch nicht bereit ich kann zu lange diesmal das ist was ist ein problem ich will das wissen dass lang sehr merkwürdig gerade na gut man 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 interessiert so was ja so ein kleines tourette so ein tourette ausbruch was war da los kann man ja was ist los wie muss die behandlung brauchst die krankenwagen muss man ja alles wissen ja da geht es gut ja sonst ist jetzt insgesamt so das ist nicht überzeugend ehrlich gesagt ich bin gar nicht überzeugend das wird schon besser überlegen ok ich halte den internationalen bitte nö 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 abradapran nach in die stadt ok was noch übrig ist fragt ihr ich mag heute sehen sie ein schlafen kater nein es ist kein standbild so dass sie mal damit das bewiesen wird darüber halten dass sie sich also kein standbild bewegung ist nicht süß weiß man es sieht man ja nicht gewirkt sich ja nicht immer ging heute nicht lieber war so ja ich die war schieber schieber katze katze das wollte ich auch noch ich muss noch etwas warten muss noch etwas warten du hast es weiß aber gar nicht so schlechte items siehst du so was passiert mir auch manchmal das habe ich ach so was war das sehr wichtig seite du hast bei uns ja es gehen ja nur 2000 punkte das kann ich jetzt auch nein ist das etwa ein wo wir es finden diesen einen super aspekt die der alle meine gestalt bei der fälligkeit um drei punkte erhöht wenn ich höre kein aktiv habe den muss ich offenbar finden die kann ich gar nicht dann raus holen dachte man dass wir ein alter was wir aufgemacht habe aus dem kodex aber stellen wir nicht da muss ich doch drin bald bis kann und wann ich bin mal welche essen machen und so bespielen fällt alles klar ja dann viel 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 gutes gelingen und so weiter guten appetit kurien bis vielleicht nachher mal schauen tatsache muss ich finden so ein kack so ein geiler aspekt musst du echt finden na ja wahrscheinlich war das so geil ist es ist bitter das ist bitter da liegt mit austauschen hier das ist dann weg ein schafften nach oder versendet schluss ja wir haben jetzt 6 minuten ist durch einer geht auf jeden fall noch eine geht noch da naja noch man sieht aber auch die sonne ist mir spannend schon wieder nach oben an genug soja dort nehme dann tauschen es auch aus neben mehr schanz jahres müssen weniger hat diese stadt gebaut das ist ja umständlich hier ich weiß nicht 80 das ist ein lieb also so hat man dabei welt was in fünf minuten cool machen ja auch eine späte aus vorhin nur hast du ja dort denn das schloss was weg der johle schluss heute aktiv ein weg an das ist noch nicht händisch stellt als ich hätte doch der troller dieser aspekt hier sehr guter wichtiger und legions ereignis in 60 gut dann dann machen wir das region sehr das haben wir aus der anzeigen quest erreicht und aktivierten den künfer leuchtet das ist jetzt mein kriegen habe ich schon mal wenn man sammelt und nichts fertig macht dann passiert ja ab zu käsen er ab fünf bluten abgammeln beim weltboss okay bin so 20 da ja alles gut gegangen kein problem dieser was los hallo eine fresse aber ich bin auch so gar nicht so viel meine ausrüstung irgendwie kommt noch ganz andere sachen rein aber fünf mal die richtiges ach das muss ich bin auch da gleich gemein der schützungsweise und trete ich schon wieder bei mir ja so auszeit bis es das kommt nach hier noch in einer größe ich will wieder keine geilen aspekte bei ganzen alten hier ist mir total hallo hallo grüße grüßt sich auch kann man sagen dass man mir besser nicht begegnet vielleicht nur hallo ich kann ich grüße sagen ja ja das ist vom kraft abhängig was die gesagt habe ich glaube ich sagt auch das gleiche so dass lebt aufgefallen sein schützt sich schwach und töricht dann seid schwach und töricht eure knochen verraten euch mal dienen sie mir mit gespeichert von vorne kommt mit mir nein ich grüße euch also ist heute aufgefallen sein kohlerflaschen haben keine rüppel mehr ganz glatt das ist komisch aus ja das sind die einfachen flaschen das sind die ursprünglich habe ich das doch nein doch grüße nein ehrlich schwach ich muss über nein sagen muss man ja sagen das ist eigentlich ein dauernd bist du gekommen nein 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 ich muss warten bis zu schätzen nein nein weil dienen sie mir nein so doof alter polz post kommt er wird mir besser nicht begegnet genau hierfür noch mal den post wissen muss jetzt wäre ein langer zum tod das ding oder was wird sich um liebte er so lange ich bin überrascht wer ist zum teil der felschule vier schon schneller gestorben damit dass mehrere sagt 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 ist der super schnell tot boni boni gebracht die welt muss vor dem leben ja da was ist das hier was ich mit dem herrn die ganze soll mitgemacht damit die anderen bisschen spaß haben kann auch sein dass er rechtfertige dich mal ganz kurz bitte alles da passiert welt baum flüstert zeug weltbosse der netterweise ich habe immer teil des kopfgeldes ab zum bäumchen was ein träumchen ich war der einzige ja aber trotzdem müssen ja trotzdem in welcher befehl schießen 10 mit high damage aber trotzdem trotzdem verdammt bin noch nicht bereit ich habe die meisten schaden gemacht ja tun wir nicht so ist ja aber haben wir genau gesehen getan also ein paar nein mann das stimmt wirklich ich habe darauf wie die gefunden 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 verloren 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 wo es getan was tolles neues bekommen für mich toll gerade ist ausgetauscht aber die gerüstung dann doch nicht dann doch nicht dann doch nicht du kannst ja alles recht damit wir könnten noch einen alten band schon schaffen soll ich mal wir haben noch sieben minuten knappe schulde ich machbar sein hat noch fix eine neue tafel anhänger muss ich die legende den klub ganz dicht haben wir den roten blühen socken ja schwierig das kann man so wahrscheinlich sagen kommt immer darauf an am besten lieber was du am besten liebsten willst würde sagen was du meinst was sie mehr bringt also ich habe gerade bei mir zum beispiel bei meinem druiden habe ich zuerst das legendäre ding ist bei meinem nie komme ich zuerst den sorgensilfen glaube ich genommen bin ich ganz sicher wie hat pauschal gibt es eine richtige antwort für ja kann man auch drehen euch das weiß samira glaube ich bin ich fast von überzeugt hast du hast du ja ich hätte es ja ein paar durch diesen sollen egal habe ich dann düdelt ich mal durch dann sechs parren punkt die du da offenbar schon hast ich habe auch gern sechs punkte wo sind die alle investiert schon ich weiß aber ich will auch noch mehr davon samira schwer am grübeln gerade ich sehe es richtig an ihrem blick nach dem gestalt waren sie eure geisteskraft kosten fünf prozent lang um 30 und sind das habe ich doch gerade gesammelt jetzt doch das doppelt die glühf hast du gerade gesockelt oder meinst du das muss das paar und ich habe in dieses rote ding die berein gesetzt die das kann was der hier gerade gesagt cool was so wie gut sie gar nicht ja dann mit beides rein ist wird sich ergänzen ich habe es mir hier ist mal hin war also ich bin ja das ist die städte gefährten naja so wenn das echt lief und paran sachen die gezielte gefährt das ist jetzt wäre danke würde uns so stärker machen aber die wir jetzt sind noch nicht gut genug fürs endgame ist auch bisschen eklig so dumm okay ein dann schon noch und dann aber hier einen tüten schnell tabulato drücken tabulato drücken was 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 hat auch gut damit weißt du ihn muss ich kann ja ich spiel ich wollte nur ich wollte ich wollte aber nur ersparen das ding suchen zu müssen ich bin voll nett bin ich eigentlich ja jetzt musst du wieder suchen dann nein aber trotzdem muss ich jetzt suchen und jetzt sollte nicht gewusst ziemlich beeilen wegen euch ja musst du halt nicht aber du hast dir also hast du hast du willst du machst du tust du denkst ach mensch da war angezeigt aber muss trotzdem suchen ich denke ich das und das sagst du nicht hat die ultimative jungen geld ausgeschwendet wetten das macht man nicht bald die sie noch nicht mal tausend punkte hat es geschafft mir folgen wir jetzt ich muss noch etwas warten sich samstag ein ding spielen ja keine spiele mussten wo du auf dem kanal raus würden weil da muss sie einst kommen und irgendwie muss man es kaufen wer muss samira geld geben damit die horrorspiel kaufen kann und dann will sie damit sagen jemand muss mir ein spiel geben wir spielen kann man muss muss ein bisschen an das müsste ein bisschen warten also übrigens hier sie ist tot nochmals ist er nicht ist er nicht ich habe gesehen ich habe die beweise ich schon wieder belebt ist gar nicht mehr mission ja antifranzösisch ja ja was nein ja was ach kommt ist das was aufbau des erstellen ja das ist ein schreitiger herstellen kann aber während du das tust du wenigstens weitergelaufen so und ein tag ach so soll man schreien ja heute gesagt ich muss noch etwas warten ich kann nicht alles ich kann nicht sachen aufgeben und dann noch zuhören und ließen mal so viel schade sehr aus wie akte 1 von diablo 2 auf nur in der strafe nicht freigeschaltet habe ich doch oder keine tafel was über paragon tafeln in zweitem wie die zweite du hast jetzt zwei vor zwei gestaltungen ja er meinte ich muss auch freischalten aber warum ist hier ist ein boss und ihr seid ihr gar ja warum bist du auch da alleine schon wieder was ist los hier wollen auch wie lang genau denken bringt es nicht du musst doch die karte aber ist die keine lang gelaufen ich bin noch in seiner verlangt gelaufen ist oben lang und hat sich hier verlaufen wie mich in ihnen hat sich gelaufen muss doch die karte da passiert doch sowas nicht die scheiße minimap da oben ich will die größere minimap ja mache ich doch auch so ich war nicht also was ich mit dem daumen auf m wenn sie wieder drei tage abulator seid ihr noch weiter weg aber die tabulator da sind bei den ganzen finger drüber ist bei mir ist naturgemäßige an der hand hochheben gucken wo tabulator ist und dann tabulator das sind die beiden wechselpfeile du hast du deine finger sowieso ja bei 1 bis 2 3 4 drauf eigentlich weil du ja eins ist auf kuh mein kinder finger ist ja ok ok da ist auf kurse ganz ganz komisch dass tastatur hast du offenbar ist englische auto sowas ich weiß nicht genau da macht den kleinen finger mal noch einfach nach links und dann müsste auf tabulator drauf ja jetzt noch erst mal mit enden aber ich hab's jetzt habe ich schon mal gesagt was da mit tabulator ich weiß auch die war aber das ist ja nicht drauf jetzt genau jetzt sterb ich wenn ich auf kuberin nein doch so in game nein sagen das weiß ich zu schätzen ich grüße euch und man ja ich grüße die gegner ich grüße die gegner jetzt habe ich die karte naja wollte kuh drücken also warst du auf kuh hast du in frankkopf oder was ja ich wollte mich gerade heilen dann habe ich die karte gedrückt das heißt wird auf einst und dann bin ich fast verständnis frage wenn du auf 1 tux um den skill 1 zu aktivieren machst du das auch im kleinen finger nein sondern wegen finger in fingern ok einmal ringfinger quasi von kuh und 1 wechselt und mein kleiner finger ich gucke ich mache jetzt bewusst nie bei kuka drauf mein kleines halt steigen jetzt auf tabulator drauf und der rest ist halt 1234 dieser ist ein ringer auch bringt mir auch auf 1 drauf bringen finger ist auf kuh drauf und auf 1 der wechselt und der kleine ist auf tabulator drauf aber ich habe die andere gehandelt als du eine größere wahrscheinlich auch ja was ist so übrigens hat viel kürzere finger ja das glaube ich gerne nein ja auch das wird schon so sein ein ja 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 durchaus mann mensch mission ich bin schon müde oder was ist hier los heute weil wir so verletzt ich bin noch nicht bereit ich bin ich verwirrt ich habe mich immer perfekt mit dieser technik wie klar kommt so er sagt dass du wirst bist die schmiede ab was habe ich noch nicht weil habe ich das dann gesagt bitte habe ich gar nicht gesagt dass du nicht hätte ich mir mit dir doch habe das nicht gesagt frech ich habe keine ich kann man diese eine level hier und ich kann das verteilen ja 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 voll du wirst doch vielleicht bist du nicht schon müde wird das nicht nein ob wir jetzt schon müde sind weil wir jetzt schon so wie ja ich habe nicht du meinst du mich menschen sagen damit ja eine person aber ich habe wir gesagt und war ganz bewusst und genau damit dem nicht nur du dich angesprochen fühlst weil wir beide ich bin die ganze gerade hast du gerade hast du gerade ein soft rum in die kamera geschmissen jetzt jetzt rechts aber noch verwenden man frau man man du willst du willst du willst du willst du ich bin hier gegen dich also sowieso um haben wir es ich weiß ich bin hier die ab so auch liebe leute wir müssen uns kurz erholen ein paar minuten ja vielleicht auch und dann sehen wir uns jetzt ganz ende wirklich gerade ist ja schon alles copy und nur los 18 zuschauer kommt da rein in der pause ehrlich jetzt das ist natürlich richtig gut und das müssen wir sehr kurze pause machen aber dunkle grüße raider ok ihr habt auch einen schönen toll lang alter bekommt ihr eigentlich jahr hat ja auch die auto gespielt ich meine warte ich werde dem schönen neuen neuen ok die grüße offenbar viele würde ja das erkennt man sofort ach das copy na klar doch der kommt von weg dommer doch doch ja ich bin sofort im bild auf einmal erzählt das cool musste voll und habe ich auch schon gesagt anu haben sie gespielt anu ist toll ja ja ich schon sonst nur bei dumme seel nichtsdestotrotz ohne jetzt hier diese welle abbrechen zu wollen oder so aber kurz ganz kurz pause dann weitermachen weil jetzt damit was mitnehmen oder oder ich habe sie bis sie bis dahin geschrieben haben okay ich habe andere gespielt aber ich bin sehr schön aber darf copy erklärt sich mir dadurch jetzt all diesen einen eulenspruch da kopiert haben das ist ja ganz gewieft und ausgebucht ja also ich dachte man keine pause bitte durchziehen ja geil ganz für youtube ein pause bischem einblenden also auch pause mit schirm